Was zur Hölle ist das? Bellwether? Was haben wir denn hier so schöne? Ich habe auch gelitten. Oh! Ich wusste du findest mich. Geheimnisse zugen dich immer an. Wie geht's dir reden? Damien Brinks. Was zum Teufel hat er vor? Ich hoffe du machst die Spielchen. Ich wollte sehen ob du es noch drauf hast. Wir müssen reden. Und du solltest dich beeilen. Dein Einbruch hat einen Alarm ausgelöst. Das ist nichts was ich für uns geplant hatte. Aber wir werden gleich gestört. Komm zu mir. Ich suche einen schönen Ort. Warum belästigt er meine Schwester? Wir hatten keinen Kontakt seit. Sie kommen. Immer noch. Wir haben ein neues Ziel für alle Hitter da draußen. Lasst alles stehen und liegen und erledigt das. Ich dachte du die Poller hochgemacht. Ja geht's. حnen wir los. rettung. Ja,İt. hours einfach zu tun. Was sind die auch noch denn? Ich habe noch einen Fögel gesehen. Was ist denn jetzt? So komm, du vorne breckst du auch bitte. So. 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 So komm jetzt schnell weg. Nicola es. Er kommt nicht mehr raus. Da oben ist doch gar keiner gewesen, da hat er mich da jetzt noch verfolgt. Ich sehe ihn nicht, haltet die Augen auf! Mich kriegt er nicht. Ach, ich nahm das Auto, den kann man es spazieren. Egal, wir singen beim nächsten Mal. Na gut, Damien, reden wir. Was denn jetzt? Ja, da ist der nächste Punkt, weiß ich, hab ich gesehen. Anruf zurückverfolgt. Warte mal kurz. So, ordentliches Auto. Okay. So, gucken wir uns da oben mal um. Was ist da so fein, es gibt ja auch. Na? Bist du ein kluger Junge? Drinks gehen auf mich. Damien. Hast du mich vermisst? Du hast meine Schwester anrufen lassen. Warum bin ich hier denn? Bist du immer so ernst, Aiden? Ja, immer so ernst. Mein Gott. Wirst du denn nie locker? Ich will meinen Partner zurück. Ich am Computer. Du, da draußen bei der Männerarbeit. Hm, genau so ist es. Ich will dir helfen. Wir wollen beide dasselbe. Antworten. Wer griff uns an? Und ich weiß zufällig, du steckst fest. Schon klar. Ach, das war der Typ von Anfang nicht der, mit dem wir dies gehackt hatten, glaube ich. Das Merlot. Das Merlot? Die Merlot-Sache hast du versagt. Bullshit. Du bist aus einem perfekten Plan ausgestiegen. Es wäre nicht aufgeflogen, hättest du zu mir gehalten. Ein kleines Mädchen. Meine Nichte starb, weil du zu weit gegangen bist. Oh, wie süß von dir. Machst mich für deine Familienprobleme verantwortlich. Damien ist zu weit gegangen, er hat die bösen Männer wütend gemacht und ich... Was ist mit dir? Du bist nicht der Einzige, der leidet. Die haben mich verkrüppelt. Die haben hier alles genommen. Alles. Siehst du es halt. Das ist unsere Verbindung. Du hast nichts, was ich brauche. Es gab noch einen Hacker. Es gab einen zweiten Hacker. Und ich weiß, wie man ihn findet. Tja, das mag sein, Damien. Aber das kannst du nicht allein. Du brauchst mich. Dein großes Problem ist... Das ist ein Sport. Ich dich nicht. Aber ich es nicht habe. Das ist eine Spur. Danke für den Tipp. Bitte! Nee, danke. Ich bin da eben. Oder ich tue zumindest sowas, wie er heißt. Okay. Okay. Ich habe zu Damien aufgeschaut. Er brachte mir bei, Programm-Schwachstellen zu finden und zu nutzen. Und ich brachte ihm bei, dasselbe ohne Computer zu tun. Menschen sind anfälliger als ihre Systeme. Wir waren ein starkes Team. Nach Linas Tod war ich mit ihm fertig. Ich verschwendete keine Gedanken mehr an ihn. Aber jetzt kommt er wieder zurück. Ich muss wissen, was im Melo passiert ist. Was ist das? Was ist das? Ich habe immer bekannt. Komm, schnell da hin. Gucken wir uns das mal ratzwart an. Was das denn ist. Nein, bitte, nein! Verstecken! Endstation! Verschwinde von hier! Komm! Das krieg ich. So. Mich triffst du nicht. Und ich krieg dich lebend. Das sag ich dir. So, mein Freund hier. Hör einfach auf! Körverletzung auf Kautzohlen. Besuch wegen Mordes. Alles wird gut. Einfach unten bleiben! Was habe ich denn jetzt für Waffen eigentlich? Kleine. Die hier. Die finde ich lustig. Vielleicht noch mehr als so. Eine andere Waffe, ne. Klock mal weg, das Ding. So. Nee, das finde ich super, ne. Das Auto wollte ich jetzt eigentlich nicht haben. Aber ist in Ordnung. Kommen wir fahren mal zur nächsten Mission. Gut, das ist ja ganz schon perfekt. Vielleicht erleben wir bis dahin irgendwas. So. Geben wir mal Gas hier. Und wollen wir gucken, was uns jetzt als nächstes erwartet. Was erwartet? Was erwartet? Was erwartet? Was erwartet? Was ist das denn? Wir können uns wissen, was das ist. Entschuldigung. Was ist das denn? Oh, Handy tippt sich auf E-Mail. Wie wird die so interagieren? Wie wird das denn? Wollt ich das mal machen? So ein kleines Minispiel. Wo geht das denn los, jo? Hier, oder was? Halt. Ich tippe sie auf E. Achso, ich muss hier Dings öffnen.